Moin moin Freunde der käuflichen Liebe, es ist wieder Mittwoch, das heißt eine neue Folge Mario Kart 8 geht jetzt gerade online für euch. Heute sind wir mal ausnahmsweise nur zu viert. Mit dabei sind heute Carsten, Basti, Happens und natürlich meiner einer. Und auch Ausnahme heute mal, wir spielen heute in Teams, das heißt 2 gegen 2, allerdings auch mit NPCs. Ja, was dabei rauskommt, schaut's euch an, hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, jetzt wünsche ich euch ebenfalls viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir haben ihn gewonnen, DG. Mit Bewohnerin kann nichts schief gehen. Ich starte als letztes. Rechts starten von hinten. Was für ein Start, Mann, Alter, ist ja nicht mehr normal. Boah, ich wäre fast runtergefallen. Erstmal kurz, ich bin 10. Ach so, Carsten, dieses Mal nicht mich attackieren, ich weiß es fällig schwer, aber... Kann ich meinen eigenen Teammate attackieren, ich weiß es gar nicht mehr. Du kannst mit allem abwerfen, nur sowas glaube ich eigentlich nicht, aber ja getroffen werden. Roten fahren eigentlich an dir vorbei, aber es kann auch mal passieren, die eigene Teammate. Also grün zum Beispiel kann mein eigenes Teammate treffen. Also wenn Basti erster ist und nicht weiter, könnte ich ihn abschließen, damit ich erster werde. Ja, aber zum Beispiel. Ein dummer... Ein für den Hattenskuss. Oh, nein. Das wäre aber richtig dumm. Das würde ich dir sogar zutrauen, dass du es machst. Ja, also, wenn ich wüsste, dass... Alter, du dumme Nutte. Bitte? Rosalina oder wie heißt sie, die dumme Schnäpfe? Rosalina, bitte, die ist bei uns im Team. Hallo. Ich habe doch gesagt, die Schnäpfe. Vor allem Rot ist einfach dritter, vierter, fünfter, sechster. Nein, gibt es noch Carsten. Ich bin sechs Seite bis fünfter. Ich bin vierter, bitte. Oh, ich bin vierter. Oh, ich habe drei Bilder. Oh, scheiße. Oh, ich bin auch der Krüte. Oh, ich... Alter. Oh, Glück gehabt, Tschölle. Ja, im richtigen Moment. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Oh, da kommt was los. Oh, ich bin runtergefallen, ich will. Tschölle. Das einzig coole an Teams ist halt, dass sie... Schelf und die Blitze jeweils für das Gegnerteam nur ist. Das ist halt... Ja, das finde ich auch ganz cool. Jetzt können wir jetzt kommen, schon ein Stern. Hey, bitte nicht. Ja, das ist halt dann schon ein bisschen unfair, da muss man schon sagen, wenn ein Stern kommt. Aber wenn ein Blitz kommt, der ist noch für alle, oder? Der ist nur für das jeweilige Team, von dem es eingesetzt wurde. Wenn jetzt Team Blau... Also eine gute Runde für Rot. ...teint nur Team Rot den Blitz ab. Und andersrum. Keine gute Runde für Rot. Das war nix. Nur wegen dem Blitz, ganz ehrlich. Ja, ich war noch nicht verloren. Ja, nur wegen dem Blitz. Never know. Bekamen der Blitz, vor allen Dingen, ich habe einen Stern gehabt. Der Stern ist vorbei, eine Sekunde später Blitz. Basti, was nimmer? Toad's Autobahn. Nein, Schieb-Schieb-Strand, nämlich. Denny's Karte. Oh, Herr. Schieb-Schieb-Strand? Ja, und beim Panzer, vom grünen. Ja, das können wir machen. Ein bisschen Sommerfeeling herholen. So, bei den Minusgraden. Obwohl das Team ja schon vorbei ist. Let's go. Let's go. Gestern minus 10 Grad oder so. Da haben wir selbst die Ohren wehgetan, so kalt war es. Auch bei euch? Bei euch auch? Ja. In ganz Deutschland war es doch übertrieben kalt. Ja, aber hier, in Gölle war es eigentlich immer ein bisschen wärmer. Also, wenn ich hier losgefahren bin, war es immer 3, 4 Grad wärmer als bei uns. Ach, Scholle, es tut mir ja nicht leid. Wow, wow. Ah, Platz 1 bis 5, da wäre es ein Scholle gewesen, ey. Ja, fahrt du mal. Oh, cool. Okay. Oh, das wird ein... Äh, Basti, ich hab... ...eine Rote. Ich zieh mal bei dir. Da war ich doch ab. Man spielt nicht mehr bei. Oh, das wäre jetzt die Klaue, bitte nicht für mich. Doch. Ja, weil... Komm her, Leer, Rote. Rote. Du, Dreckige überwohnerin. Läuft sehr gut. Oh, das war nicht gut eingesetzt von mir. War gar nicht gut. Keine Sorge, ich behol den jetzt. Pass mal auf, Leer, Achtung. Das geht gar nicht gut. Das war halt ein... Servus, wie geht's? Ich hab ne Tröte, also hau dem mal eine rein. Ja, hab ich nix. Mir in der Bombe spielt. Ich hab's ja wieder in der Pflanze, Alter. Let's go. Du... Geschmeckt. Oh, Molle. Oh, Molle, Randa. Ich fahre bei meiner eigene Banane. Let's go, Scholle. Ich bin noch da. Da gibt's Gummi. Also, wenn wir das verlieren, es gibt ein Rückmatch hier, also. Das lässt sich dann auf mich ersetzen. Oder, Basti? Ja, hast ja keine Chance. Ah, ist das schön. Ja. Oh, da kommt noch eine blaue. Oh, Schuh. Nicht vor uns. Nicht vor uns. Schön für den Affen da vorne. Das bringt nix. Ich hab' nur noch gern gehabt. Der Karte ist auch noch ein Arsch und trötet mich weg, ja. Ja, hat ja nichts gemacht. Ja, hat ja nichts gemacht. Ich hab' gedacht, das wär' ein blauer. Ich hab' so gesehen. Ich hab' so gesehen. Oh, Basti attackieren, attackieren, attackieren. So, ausgesehen. Aus reflex. 74 Punkte haben wir in ihr 90. Ja. einfach so lassen sollen wie früher. Aber die war viel zu lang. ausgesehen. Nee, das war noch früher. Das war ja das Schöne. Ich hab' da aufgegetauscht. Ach, Patsch. weg will der ratings. Nee, ich hatte' den Bananen. Hau ab. troffi. Also, ich merk jetzt essere, wie er dir selbst kennt mich, das ist sehr klar. Hallot hat Mario Kart erfunden. Und durchgespielt. ich habe echt respekt vor dir ist das eine grüne alles gut dann habe ich doch keinen respekt auch nach windschatten haben na ja 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 drei rote das ist ja auch lächerlich er hat drei bananen das war so der letzte ich hab's gewundert dass sie überhaupt angekommen ist das sind so da sind so viele geschenke ich bin so schlecht was passt ich bin erster banane oh mein gott ist nicht passiert ich war die ganze zeit erster letzte kurve auf einmal happens vor mir schon vor mir und sogar in der gesamtbewertung hat er mich noch überholt das ist um diese welt ist ich werde schon auf einmal immer zweiter ganz komisch das einzige was bleibt das hätten meine strecke kommt ihnen das ob die dreimal hintereinander kommt da kann alles passieren alle vier sind rot oder die ersten vier werden rot und dann prämmungslos heffens fünfter zoller sechster ich glaube wir werden trotzdem gewinnen ja ich glaube auch im mega zehnten landen hätten sie mir irgendwann bis bleibt ein runder am start stehen ja natürlich ja mach doch mal man die guckt ich habe ich nicht mal ich donate jetzt sofort beim nächsten stream so was schon gesagt haben ist irgendwas mal bei mir angekommen ich glaube nicht das meine ich ernst also wenn ich sage dass man ehrenhaft das schon in rot hat mal gesagt dass ich respektvoll gehabt ich habe noch drei rote gehabt alle drei rote sind jetzt weg irgendeine und dem scheiß feuer spielt ich lasse 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 meine ich habe drei rote schuldes direkt vor mir keine keine gipfel schulde geil mario kart ist ein tolles spiel oh mein gott ja warte kurz nicht kurz konzentrieren vor allen dingen die ganze zeit ist schulde hinter mir und auf einmal bekomme ich seine ganzen kacke hier ab und werde durchgereicht und schulde ja er ist stets bemüht ja geil ich bin die ganze zeit der ewige zu die nude bitte ja ich würde sagen das ist eindeutig da ist am ende noch schön reindrücken bergmeldung und